Bei der School of Sound kannst du jeden Kurs einzeln buchen. Wenn du aber günstiger und länger lernen willst, gibt's die Diplome. In diesem Video zeige ich dir in wenigen Minuten, wie die Diplome der School of Sound funktionieren. Hey, Start Producing mit der School of Sound. Ich bin Emanuel. Bei uns lernst du schneller, weiterzukommen mit Producing. Du hast unseren Kanal noch nicht abonniert? Dann wird's Zeit, dass wir uns kennenlernen. Klicke jetzt auf Abonnieren und den Alarm für neue Videos von uns. Vielen Dank zu den Themen. Zuerst mal eine kurze Repetition über die Einzelkurse. Danach der modulare Aufbau und wie dir das in der Zusammenstellung der Kurse hilft. Dann schauen wir uns die verschiedenen Diplom-Varianten an. Als nächstes die Rabatte, welche du beim Buchen von mehreren Kursen erhältst. Danach machen wir zusammen eine Testbestellung eines Diploms und schauen uns die Upgrade-Möglichkeiten an. Mit diesen Infos bist du bereit für dein Diplom an der School of Sound. Zuerst mal zu den einzelnen Kursen. Du kannst jeden unserer Kurse einzeln auswählen und direkt online buchen. So kannst du genau das lernen, was du gerade am meisten brauchst, um jetzt weiterzukommen. In die einzelnen Kurse kannst du rasch einsteigen und sie werden laufend wiederholt. Um dir die Auswahl für die Diplome möglichst einfach zu machen, haben wir ein modulares Kurssystem entwickelt. So sieht das aus. Unten siehst du die einzelnen Kursthemen, welche du besuchen kannst. Links die verschiedenen Levels, Einsteiger, Fortgeschritten und Profi. Somit kannst du einfacher auswählen, wo du stehst. Die Kurse selbst kannst du nun frei auswählen. So kannst du dir dein eigenes, ganz persönliches Diplom zusammenstellen. Diplome haben wir insgesamt zwei. Du kannst dir diese wie Bundles oder Pakete von drei oder fünf Kursen vorstellen. Das Dreierpaket dauert etwa drei Monate und beinhaltet drei Kurse. Du kannst Pausen einlegen, kannst Kurse gratis umbuchen und erhältst ein Abschlusszertifikat. Ausserdem unterstützen wir dich mit einem separaten Songfeedback für einen deiner Tracks. Es ist dein Einstieg, wenn du mehr als nur einen Kurs machen möchtest. Das Fünferpaket dauert etwa fünf bis sechs Monate und beinhaltet fünf Kurse. Im Fünferdiplom erhältst du Songfeedbacks von uns, ein externes Trackmastering und wir helfen dir, deinen Song auf Beatport und iTunes zu publizieren. So schliesst du deine Songs schneller ab und kannst deine Musikproduktionen online vermarkten. Hast du Fragen zu den Diplomen, welche du gerne beantwortet haben möchtest? Schreibe sie unten in die Kommentare, dann können wir sie direkt beantworten. Weiter geht's zu den Rabatten. Diplome sind im Vergleich zu einzelnen Kursen deutlich günstiger. Sie sind ein klares Win-Win für dich und uns. Wir wissen, dass du länger bei uns an der Schule bist und du kommst günstiger zu deinen Kursen. Diese Übersicht zeigt dir, wie viel Geld du mit einem Diplom sparen kannst. Je grösser das Diplom, desto grösser der Rabatt für dich. Das Fünferdiplom kostet 1.990 Franken, pro Kurs zahlst du nur noch knapp 400 Franken. Und der Rabatt ist 33%. Beim teureren Kurs macht das einiges aus. Jetzt machen wir zusammen eine Diplom-Testbestellung. Dafür gehen wir auf die Diplom-Seite der School of Sound. Hier siehst du nochmals die genauen Features, welche dich erwarten. Nun klicken wir auf Jetzt anmelden und erreichen den Online-Shop. Wir wählen nun den gewünschten Kursort aus, in unserem Fall Zürich. Falls du bereits einen Kurs bei uns gemacht hast, kannst du im nächsten Dropdown Ja anwählen. Dazu gleich mehr beim Punkt Upgrades. Und nun geht's zu den drei Kurswünschen. Die wählst du einfach aus den drei Dropdowns aus und legst danach dein Diplom in den Warenkorb. Das war's. An der Kasse bezahlst du bequem mit Twint, Kreditkarte, Post, PayPal oder Rechnung. Viele weitere Videos über die School of Sound habe ich dir in eine Playlist zusammengefasst. Den Link findest du oben. Der letzte Punkt sind die Upgrades. Du kannst von einem einzelnen Kurs auf ein Dreierdiplom und vom Dreierdiplom auf das Fünferdiplom upgraden. Diese kannst du jeweils direkt im Shop buchen. Ich mache das Beispiel des Dreierdiploms. Wenn du den Punkt Ich möchte upgraden im Bestellprozess wählst, ändert sich die Ansicht. Du hast ja bereits einen Betrag für deinen ersten Kurs bezahlt. Jetzt kannst du diesen angeben. Er wird dir nach dem Klick auf den Warenkorb-Button automatisch abgezogen. Du wählst noch deine beiden gewünschten Kurse und voilà, fertig ist dein Diplom-Upgrade. So, das war's. Ich komme zu meinem Tipp zum Schluss. Wir möchten, dass du zufrieden bist. Dein Erfolg ist unsere Motivation. Seit über 10 Jahren beraten wir die verschiedensten Musiker zu ihrem jetzigen Wissensstand. Dank des modularen Kurssystems werden wir dir immer genau die Kurse vorschlagen, welche am besten zu dir passen. Wo stehst du momentan in deiner Musikproduktion? Lasse dich bei uns beraten, welche Kurse am besten für dich passen. Den Link zu deinem persönlichen Online-Beratungstermin findest du in der Beschreibung. Du hast Lust bekommen, dein eigenes Diplom zusammenzustellen? Dann freuen wir uns auf deine Buchung bei uns. Den Link zur Diplom- und Bestellseite findest du unten in der Beschreibung. Übrigens, wir können lange quatschen, wie gut unsere Kurse und Diplome sind. Lassen wir doch Kursteilnehmer zu Wort kommen, die wissen es am besten. Ja, hallo, ich bin der Thorsten vom Bodensee. Man kann sich hier gezielt weiterbilden. Ableton, Logic, Mastering, alles, was einem noch fehlt. Alle Sachen, die ich immer noch machen wollte, die kriege ich hier gezielt, während auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Und weitere Kurse besuchen. Das hat sich wirklich gelohnt für mich hier. Ich bin Darjan. Ich mache den Logic-Kurs. Ich habe schon sehr viel gelernt. Es ist sehr viel Info. Ich werde sicher nochmals alles repetieren, aber es ist sehr lässig. Es macht total Spass. Sehr schöne Stimmung im Kurs. Und ich kann es nur empfehlen. Ich bin der Felix. Ich rappe, habe mir aber schon lange vorgenommen, meine ganzen Instrumentals selber zu produzieren. Und dank der School of Sound bin ich auf dem besten Weg. Die School of Sound gibt es wirklich. Du kannst Online-Kurse und Masterclasses, Classroom-Kurse und Einzelstunden besuchen. Nicht alle Angebote sind immer verfügbar. Link in der Beschreibung. Das war es mit dem aktuellen Video. Wenn es dir gefallen hat, like es, abonniere unseren Kanal und klicke den Alarm, um bei neuen Videos benachrichtigt zu werden. Vielen Dank. Hier nochmals die verlinkten Videos und der Subscribe-Button. Mir hat es Spass gemacht. Happy Music Making. Bis bald. Tschüss. Tschüss.